Hey Leute, hier ist Julius. Heute habe ich ein neues Video für euch, in dem ich euch zwei Objekte vorführen werde. Und zwar einmal eine Dose mit der Unterleckeris, die sich beim Aufdrehen echt spannend anhört. Und eine große Plastiktüte. Da werde ich einfach ein bisschen drum spielen und hoffentlich euer ASMR triggern. Also setzt eure Kopfhörer auf, setzt euch hin, entspannt euch und genießt die Show. So, jetzt geht's los. Ich hoffe, es gefällt euch. So, hier ist die Dose mit den Leckerlis. Und ich darf euch jetzt mal das Geräusch vom Aufdrehen. So. So. Das war's für heute. Das war's für heute. Das sind die Leckerlis. Das war's für heute. 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 Okay, jetzt kommen wir zum nächsten Objekt. Das ist die Leckerlis. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.